Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe jetzt hier Pappeln gepflanzt, habe ich geholt. Hier, guck mal, wunderschön. Jetzt gehen wir einmal hier lang. Hier, sehr buschig gewachsen, sehr hoch, wieder klein. Die sollen jetzt auch nicht so riesig wachsen. Hier haben wir zum Beispiel so eine große, die soll riesig wachsen. Genau so wie die da. Jetzt kommen noch zwei weitere und ein Apfelbaum. Hier ist die nächste. Wunderschön sieht die echt aus. Findet ihr das nicht auch, dass die wunderbar aussieht? Also ich habe die jetzt hier eingepflanzt, kann man auch da sehen. Da steht die jetzt und mal gucken, ob sie auch kommt. Und hier haben wir dann die nächste, die letzte. Sehr groß und schön gewachsen. Ja, und dann haben wir hier noch den Apfelbaum, so einen kleinen. Habe ich einfach mal so die Spitze eingegraben. Der lag hier bei uns im Acker. Äh, was heißt bei uns, neben uns. Habe ich da rausgenommen und jetzt kann der hier weiter wachsen. Und ja. Ich sage Tschüss, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen.